Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Wir sind in Faustauhafen angekommen und schauen uns diese kleine Inselstadt gerade mal genauer an. Hier hinten habe ich einen versteckten Superschutz gefunden, aber ich denke, das wird es auch schon gewesen sein. Denn hier ist eine Wasserroute und ohne die VM-Surfer und den Orden, der einem ermöglicht, das außerhalb kämpfen, nutzen zu können, kommt man da nicht weiter. Also lauschen wir der schönen Musik, auch wenn sie nicht so toll ist wie das Original, finde ich, weil sie zu dezent ist. Ja, wobei, jetzt klingt es besser. Vorhin ist es nicht so wirklich rübergekommen. Ja, ist schon ganz schön, aber die Musik macht mich auch so ein bisschen traurig immer im Faustauhafen. Ich weiß nicht, die hat so einen leichten melancholischen Touch. Naja. Mitsamt Pokémon und Familie auf einem kleinen Eilrad wie diesem Leben zu dürfen, ist für mich das wahre Glück. Okay. Seid ihr gerade am meditieren oder so? Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in der großen Hafenstadt Grafitport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer. Allzeit vom wunderbaren Meer umgeben zu sein, das ist pure Glückseligkeit. Ja, das kann ich verstehen. Ich würde auch gerne am Strand leben. Aber, naja, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, wie soll ich das mit dem Internet machen? Das wird ein bisschen schwierig, hier eine Internetleitung zu verlegen, oder? Schaut mal. Geil. Außerdem brauche ich dann ja noch einen KFC und einen Magus und einen Subway und alles um die Ecke. Das geht einfach nicht. Und wir bauen so Hüpfburgen im Meer auf und da arbeiten die dann. Und dann gibt es einen Boot Drive statt einen Autodrive. Diese Gegend ist als Angelplatz sehr beliebt. Hat auch dich die Angelleidenschaft gepackt? Äh, nein, aber ich will die Angel, die du da hast. Schön, deine Antwort gefällt mir, sehr ehrlich. Ich werde dir eine meiner Angeln geben, wie gut es gepasst hat. Aber er gibt mir leider nur eine normale Angel und damit kriege ich nur Carpador und vielleicht noch irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall nichts Besonderes. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Stell dich zuerst ans Wasser und wirf die Rute aus. Da heißt es Konzentration. Wenn etwas an der Schnur zieht, hol die Rute schnell ein. Beherzige diese Tipps und genieße das Anglerleben. Ähm, ich zeige euch das jetzt am besten gleich mal, wie das aussieht. Die Angel ist unter Basis-Items, oder? Die kann man hier auch registrieren. Dann kann man durch Drücken von Y darauf schneller zugreifen. Jetzt schauen wir erstmal, ob es direkt klappt. Die Musik wird leiser. Man soll sich ja konzentrieren. Und da kommt was. Jede Wette, dass es ein Carpador ist. Seems legit. Gesterben. Aber jetzt sehen wir hier auch mal diesen wunderschönen Strandhintergrund. Yeah. Was? Hat der mich nicht flüchten lassen? Sag mal. Willst du auf die Fresse, oder was? Kannst du haben. Widerhall. Also ihr seht schon, ich habe meinen Flurmel bereits ein wenig trainiert. Und ihm die Flinkklaue gegeben. Besser als nichts, nicht wahr? Und die Attacken sind Pfund, Widerhall, Erstauner und Jauler. Fürs Erste natürlich. Widerhall ist gerade deswegen gut, weil es halt immer stärker wird, je öfter man es hintereinander einsetzt. Das Carpador war zwar auf Level 15 und konnte sogar Tackle, war also durchaus eine kleine Bedrohung. Trotzdem ist es ein Carpador und damit ein Schlafschmerz. Wir könnten schon in die Arena gehen, aber nein, wir sollen ja erstmal einen Brief übergeben, nicht wahr? Tack auch, ne? Bist du fleißig am Trainieren? Ja? Dann gib unbedingt auch mal dem Supertraining eine Chance. Du wirst sehen, es lohnt sich. Für mich gibt es nichts Besseres als eine erfrischende Supertrainingslektion. Ja, da wurde ich auch gefragt, ob das Supertraining überhaupt in dieser Edition noch existiert. Das wollte ich eigentlich schon viel früher beantworten, aber gut, dass der Typ es jetzt anspricht. Es gibt es! Und zwar mit diesem Spielnavi-Modul. Da könnt ihr nämlich hier auf das PSS zugreifen. Mit euren Freunden und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier kurz so eine Einleitung. Also das, was man halt auch in X und Y gehabt hat, um mit anderen spielen zu können. Da werdet ihr dann eure Passanten sehen und eure registrierten Freunde. Und eben auch Pokémon Ami, wo man, ja, seine Pokémon streicheln kann und sie füttern kann. Eine Sache, die ich nicht brauche, aber ich zeige es mal kurz. Man sollte es allerdings schon aus Pokémon X und Y kennen. Hier ist mein Reptile und ich kann es halt kuscheln. Hier, siehste. Und, ähm, ja, je zufriedener die Pokémon dann werden, also je mehr Herzen sie bekommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein positiver Nebeneffekt im Kampf auftreten kann. Wie zum Beispiel, dass mal eine Attacke des Gegners daneben geht, die eigentlich nie daneben geht. Oder dass er sich von einer Verwirrung selbst heilt. Solche Sachen halt. Aber das braucht man eigentlich nicht, wenn man ein bisschen skillert. Deswegen lassen wir das auch bleiben. Und das Super-Training gibt es natürlich auch. Das dient dazu, um EVs zu trainieren. Also, das ist eine super Sache. Man kann damit auch, oder? Kann man damit EVs? Ja, genau, man kann EVs auch resetten. Und man sieht eben genau, wie sie verteilt sind. Hier, mein Flummel hat momentan, ja, eigentlich überall alles gleich, bis auf bei Spezialangriff. Da hat er relativ wenig, was sehr schlecht ist, weil eigentlich braucht es ja Spezialangriff. Und bei Repteien, ähm, sieht so aus. Ja, alles relativ gleichmäßig, klar. Wenn man ein starkes Pokémon haben will, dann muss man das natürlich auf zwei Werte beschränken. Aber beim Durchspielen muss man eben zwingend gegen die Pokémon kämpfen, die hier auftreten. Und jedes besiegte Pokémon gibt eben EVs. Und man muss eben auch noch genau wissen, welches Pokémon welche EVs gibt. Ziemlich lange zu erklären. Und, äh, ja, lassen wir es einfach. Denn wir werden das in diesem Display hier nicht nutzen. Das ist nur fürs Competitive Play interessant. Okay, die Typen geben einem auch nichts. Ich lese nicht immer alles vor, wie ihr seht. Ist aber einigen bestimmt auch ganz recht. Wir wollen ja weiterkommen. Ich bin jetzt hier auch nur reingegangen, um mich schnell zu heilen. Und, äh, Faustauhaven sollte dann auch relativ bald ganz erkundet sein. Hier links waren wir schon drin. Da hat sich alles um Qualität zum Thema Schutze gedreht. Oh mein Gott. Und hier ist eine kleine Familie. Wow, du hast die lange Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Faustauhaven zu gelangen? Bist du hier, weil du von Camillo gehört hast? Er ist so cool! Er ist ein Idol für jeden. Das ist der ansässige Arenaleiter. Schau dir das mal an. Das ist ein Seidenschal, der letzte Schrei. Oh, deine Augen fangen ja förmlich an zu funkeln. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Das freut mich. Hier, das schenke ich dir. Oh, interessant. Ein Seidenschal ist genauso wie, ähm... Mir heißt ein Wundersaat, ein Item, das Attacken verstärkt. Und zwar vom Typ normal. Auch um 20 Prozent, wenn mich nicht alles täuscht. Ist also für Flurmel interessant, aber dann müsste ich die Flinkklaue ablehnen. Hm. Soll ich das wirklich tun? Ich weiß es noch nicht. Ich überleg's mir mal. Gegen diesen Angler sollte aber auf jeden Fall Reptile kämpfen. Im Übrigen, ähm, beim Trainieren von Flummel habe ich natürlich den EP-Teiler genutzt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der noch aktiv ist. Wenn ja, dann werde ich ihn gleich ausschalten. Hier sehen wir ein neues Pokémon. Es ist Tentara. Kommt sehr, sehr häufig in Gewässern vor. Und ist ein Wasser-Gift-Pokémon. Weswegen meine Pflanzenattacken leider nur neutral sind. Aber das wusste ich ja vorher noch nicht. Ähm, ja, ist eigentlich egal, was wir einsetzen, oder? Relativ, ja. Okay. Okay. Den kannst du eigentlich nur mit Elektroattacken oder Psycho killen. So, Level 19 für Reptile. Das schaut an sich schon mal ganz gut aus. Da hat mich der Angler kalt erwischt. Tja, man sollte eben nicht so naiv sein und glauben, mit einem Pflanzen-Pokémon kann man gegen jedes Wasser-Pokémon bestehen. Das ist nicht so. Hast auch du eine unangenehme Überraschung? Hm, eher nicht. Ein Bummels. Nicht schwer zu besiegen. Hat jetzt auch nicht so viel Kraft. Ich glaube, das könnte auch Oxykominum... Oh, ich muss noch den Namen lernen. Ich kann den so schwer aussprechen. Oxykominum. Genau, so war es. Ich kenne dich zwar, aber deinen Namen... Boah, wie bist du auf den Namen gekommen? Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Oh, gut, er setzt nur Zugabe ein. Dann können wir jetzt auf Wiederhall gehen. Wisst ihr, was ich bei Flummel so ein bisschen verstörend finde? Guckt mal auf seinen Hintern. Mhm. Wir denken das Gleiche. Da ist ein A-Loch. Und ich habe das schon als Kind so verstörend gefunden. Ich habe die Dinger gefangen und habe mich gefragt, Alter, wieso hat der einen Arsch noch? Und die andere nicht? Oh Gott, ich habe da wirklich tagelang drüber nachgedacht. Ist das vielleicht irgendeine Besonderheit bei den Pokémon und so? Ich meine, was willst du als Kind machen? Das finde ich irgendwie blöd. Und seht ihr das Blonde, was da oben drüber noch ist? Als was habe ich das gesehen? Arschare. Ich musste das unbedingt sagen. So cool. Ja, ja. Ich habe manchmal schon sehr, sehr komische Kindheitserinnerungen. Aber komm, ich habe das Pokémon nicht designt. Und Game Free kann mir nicht erzählen, dass sie darüber nicht auch selbst lachen. Das haben die schon mit Absicht so gemacht. Cool. Ah, Kreideschrei. Okay. Das kann die Verteidigung des Gegners stark senken. Jaula erhöht den Angriff. Das sollten wir schon noch beibehalten. Aber ich glaube, Pfund brauche ich nicht mehr, weil wir ja eh wieder Hall haben. Also schmeiß ich Pfund raus. Und du Kreideschrei rein. Gerade solche Attacken, die einen Wert stark senken oder stark erhöhen, sind eigentlich ganz wichtig. Deswegen nehme ich es mal rein. Bei Flummel könnte man das aber nicht machen, denn es hat die Fähigkeit Lärmschutz. Lärmschutz und das verhindert, dass man von Attacken geschädigt wird, die mit Lautstärke zu tun haben. Und darunter fallen eben auch Heuler und Kreideschrei. Aber auch der Widerhall, den es selbst drauf hat. Oder so ein Überschallknall. Die Attacke von U-Hafnir. Oh, come on. Schon wieder Carpador? Bitte saug ihn aus. Saug das letzte bisschen Wasser in seinem Körper in dich rein. Damit es elendig vertrocknet. Oh, aber jetzt kommt ein Tentacher. Da kann sich jetzt wieder Oxy drum kümmern. Genau, ich nenne dich Oxy. Ich glaube, das ist zugänglicher. Und klingt süßer. Ja, Flummel sieht ganz dämlich aus, finde ich. Aber das wird schon noch. Keine Sorge. Später, wenn es sich weiterentwickelt. Tja, liebes Tentacher. Auch Superschall zählt zu den Lärmattacken. Keine Chance bei Flummel. Bei der Fähigkeit dachte ich lange Zeit eigentlich immer, die ist total kacke. Es gibt ja gar nicht so viele Attacken mit Schall. Aber wenn man mal drüber nachdenkt. Doch. Da ist man schon vor einiges geschützt. Muss man schon sagen. Was? Wieso ist denn die Säure jetzt so gelblich? Ist das jetzt Kotze? Früher war die lila und so dunkel. Nee, erstmal war sie schwarz. Dann war sie lila und jetzt gelb. Vielleicht hat er einfach nur Wasser mit Sand vermischt und das als Säure verkauft. Keine Ahnung. Komisch. Also am schönsten in dem Spiel bisher sind wirklich die Orte, die sich in Nähe des Meeres befinden. Das Schimmern ist so toll. Der Strand sieht so schön aus. Ja, eigentlich alles. Ich finde das so hammer. Und jetzt geht es in diese Höhle. Die Granithöhle. Hier könnte sich eine wichtige Person befinden. Oh. Das sieht jetzt auch irgendwie ganz anders aus. Hey du. Dort vorne wird es schrecklich dunkel. Das macht das Erkunden ganz schön schwierig. Aber das Motto von uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du jetzt von mir das hier. Lalalala. Wir kriegen die TM 70 Blitz. Bringe an den Pokémon die VM-Attacke. Was? VM? Es ist doch eine TM, du Depp. Früher war es eine VM. Jetzt ist es eine TM. Voll der Übersetzungsfehler. Oh mein Gott. Ja, dann halt eine TM. Bring es auf jeden Fall in den Pokémon bei. Und dann kannst du die dunkelsten Höhlen mit Licht erfüllen. Oh gut, guck mal die Wände an. Voll. Cool. Wer stört mich gerade? Zubat. Ah, Zubat. Ich wollte gerade diese tollen, bröckligen Wände betrachten und du störst mich. Hallo. Aber ich frage mich gerade, was wurde hier eigentlich jetzt hinzugefügt? Weil das ist alles total neu und was sind das hier für Leute? Schaut mal, da gibt es sogar ein paar Wandmalereien. Direkt vor mir. Hey, nicht vordrängeln. Was, was, was labert ihr? Niemand kann sagen, was genau auf den Höhlenmalereien dort hinten abgebildet ist. Ach so, oh, oh, ich verstehe. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollen in die Arena gehen. Wir kommen hier noch nicht weiter. Aber früher musste man das doch nicht machen, oder? Das ist ja interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man früher auch einfach so in die Höhle gehen konnte. Und sich mit einer bestimmten Person treffen konnte. Aber jetzt wird man gezwungen, in die Arena zu gehen. Jedenfalls glaube ich, dass man schon früher reingehen konnte, aber dann hat man nichts gesehen. Weil Blitz funktioniert erst, wenn man den zweiten Orden hat, richtig? Oder nein? Wartet mal. Moment, Moment. War es nicht sogar so, dass die Arena-Stock finster war? Dann hätte man ja doch zuerst in die Höhle gehen müssen. Oder sich zumindest die TM-Blitz holen müssen. Doch, doch, das war doch so. Na, wie sieht's aus, Domi? Auf dem Weg zum Champ? Faust-Auhavens-Arenleiter-Camillo setzt Kampf-Pokemon ein. Wenn du dort Normal-Pokemon antreten lässt, dann geht's voll auf die Fresse. Kampf-Pokemon können Normal-Pokemon leicht KO schlagen. Also sei auf der Hut. Hals- und Beinbruch. Hm, hast du gehört, Flummel? Das wird wohl nix. Muss also wieder Max ran. Trotzdem werde ich dich kämpfen lassen. Nur um mal zu schauen, was du so leisten kannst. Okay, die Arena ist zwar immer noch sehr dunkel, aber man sieht den Weg vor sich. Also ich hab die echt so vor mir. Das war so eine Art kleines Labyrinth und es gab verschiedene Gänge. Und je nachdem, wo man lang gegangen ist, hat man Trainer getroffen oder nicht. Ob man jetzt in der Arena Blitz einsetzen konnte oder gar musste, daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Schnell Widerhall. Irgendwas anderes einzusetzen macht wenig Sinn. Jede Kampfattacke könnte Flummel umhauen. Vor allem, wenn wir einen starken Gegner vor uns haben und der ist auf Level 13 und steigert jetzt auch noch seine Stats. Komm schon, hau rein. Es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Oh mein Gott. Oh, er schützt sich. Im Übrigen, ein kleiner Fehler ist mir gerade bei meinem Kreideschrei-Gelaber aufgefallen. Oh, sehr gut. Die Flinkklaue rettet meinen Arsch. Ähm, wir greifen ja mit Widerhall speziell an. Deswegen würde mir das mit dem Kreideschrei nichts bringen. Zumindest, wenn ich mit Flummel weiterkämpfe. Ich kann natürlich auch Kreideschrei einsetzen, dann Flummel austauschen und einen Kämpfer bringen, der physisch angreift. Dann würde es was bringen. Ja, aber ich nehme Kreideschrei jetzt eh nur vorübergehend rein. Das ist... Das ist jetzt nur so, ne? Bis wir was Besseres haben. Und schaut mal. Die haben die Arena total umdesignt. Man kann hier entlang... Ah, nee, kann man nicht. Kann man nicht. Man muss sich auf Schalter stellen. Dann sieht man kurz, wie der Weg ist. Und kommt voran. Interessant. Eigentlich haben sie ja die erste Arena auch schon umgebaut, aber... Da haben sie größtenteils nur am Design, also an der Optik gearbeitet. Hier ist aber das ganze Arena-Prinzip so ein klein wenig ausgeweitet worden. Very, very interesting. Ähm, okay. Ja, ich überlege immer, ob ich Jaula machen soll, aber... Ne, ich brauche Widerhall. Der haut mir eh auf die Fresse. Deswegen muss ich meine Chance ergreifen und mit Wiederhall angreifen. Ja gut, wenn... Ah, Mann. Ich hätte wissen müssen, dass er vielleicht Energiefokus probiert. Aber das kann ich leider nicht riechen. Oh, scheiße. Jetzt kommt voll der fucking Fußtritt. Ah. Ja, das Problem ist... Bei Energiefokus... Die nächste Attacke... Ziemlich sicher ein Volltreffer. Oh, die Chance ist sehr, sehr hoch, sagen wir es so. Das musste Flumel spüren. Shit! Er ist vielleicht doch zu schwach. Wenn er auf Level 17 oder 18 wäre, dann hätte ich ihn weiterkämpfen lassen können. Aber so hat er kaum eine Chance. Ich meine, selbst Reptile kriegt von dem Macholo hier richtig eine in den Sack. Aber gut, er hatte ja auch gerade einen Volltreffer. Zum zweiten Mal hintereinander. Rrrr. Wie fies. Weil Energiefokus reicht doch eigentlich nur bis zur nächsten Attacke. Hm. Ja, aber jetzt zurückrennen und Flummel heilen ist nicht... Er hat versagt. Fertig, aus, Ende. Und wir, wir gehen jetzt... Ihr lang. Ohoho. Die Räume werden immer größer. Und ich merke jetzt erst, dass ich mich in einem Fitnessstudio befinde. Erstmal die Spindel, wo man sich umziehen kann. Und dann kamen die ganzen Laufbänder und sonstigen Fitnessgeräte dazu. Passt aber auch ganz gut. Denn Camillo hat schon immer viel Sport getrieben. Kampfsport natürlich. Aber jetzt ist er anscheinend ein richtiger Suchti geworden, was das angeht. Hey, Moment mal. Mediti ist doch... So. Ja, stimmt. Vergesst es. Der Kampftyp verhindert, dass es sehr effektiv ist. Da hatte ich jetzt kurz einen Hänger. Aber trotzdem hat Verfolgung guten Schaden gemacht. Gegen Psycho-Pokémon wäre es sehr effektiv gewesen. Aber die Mischung aus Kampf und Psycho, wie es bei Mediti der Fall ist, die verhindert eine sehr effektivität. Trotzdem bist du down. Und ich kann mich heilen. Dank meines Megasaugers. Das wirst auch du jetzt spüren, Machollo. Ich brauche noch ein paar KP. Her damit. Ah, wer lebt noch? Kann es sein, dass alle Machollos diese Energiefokus-Taktik verfolgen? Apropos Verfolgung. Hier. Ja, also wenn das Camillo auch macht, könnte es eng werden, weil wir sind jetzt nicht gerade overleveled, sag ich mal. Ich habe das jetzt schon sehr spannend gehalten und nichts trainiert, außer halt Flurmel. Aber der hat es ja auch gebraucht als Neuling. Es wird demnach kein allzu einfacher Arena-Kampf, zumal wir halt keine wirkliche Waffe haben gegen seine Pokémon. Aber was kann man denn zu dem jetzt halt... Achso, stimmt. Flug. Flug ist gegen Kampf effektiv und das könnte man jetzt schon haben. Ja. Weil es brenzlig werden könnte, werde ich auf jeden Fall nochmal zurückgehen und mein Pokémon-Team heilen. Und dann geht's zu Camillo.